So, 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 hallo, hallo und willkommen zurück zu Let's Play Paper Mario. Im letzten Part haben wir mit Peach ein wenig, wie soll ich sagen, Unzinn getrieben. Und wir sind jetzt wieder bei Mario angelangt und ich wollte mein Inventar leeren und das machen wir, indem wir hier unten mal... Das war falsch. Ich wollte eigentlich... Wo war denn die Röhre zur Buu Villa? Da will ich nämlich hin. Wo war denn die? War die da? Buu Villa. Buu Villa. Da waren auch keine Röhren. Äh, wo waren Röhren? Wow. Röhren. Wow, 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 Hilfe. Wo waren denn diese Röhren? Das ist jetzt eine gute Frage. Ich war schon... Ich war hier schon lange nicht mehr. Und da musste ich auch bei Zeiten mal wieder in. Aber jetzt noch nicht. Jetzt will ich erst mal mein Inventar leeren. Lalalala. Da unten vielleicht? Hier? So? Woher? Ah! Hallo, na? Du warst die Richtige. Jawohl. Finde ich gut. So. Ich war eh voll, ja. Gut. Denn ich möchte hier unten in dem Shop mal einkaufen. Denn hier gab es nämlich Lebenspilze und ich möchte noch ein paar Lebenspilze haben. Tra-la-la-la-la-la. Hier war es doch, glaube ich, auch ein wenig billiger, oder? Na gut, billiger. Billiger ist was anderes, aber egal. Wir haben eh genug Geld, Leute. Sonst verkaufe ich nämlich erst mal ein wenig, denn wir haben da viel zu viel. Hier vielleicht zehn. Ja. Ja. La-la-la-la-la-la-la-la-la. Das da brauchen wir auch nicht mehr. Jawohl. Natürlich möchte ich noch mehr... Oh, wie viel Honigsirub haben wir denn bitte? Weg damit. Jawohl. Weg damit. Jawohl. Und weg damit. Jawohl. Ach, Leute, wisst ihr was? Und weg damit. Auch kein Mensch. So. Jetzt möchte ich nämlich mal was ausprobieren. Ich kaufe mir mal davon zwei. Wupp. Dann kaufe ich mir hier von. Eins. Zwei. Und drei. So, wie sieht es jetzt idemmäßig aus? Drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Okay. Dann kaufe ich von jedem noch eins. Wupp. Huch. Und wupp. Jawohl. Und jetzt gehe ich wieder nach Tod CD zurück. Denn das war hier alles, was ich einkaufen wollte. Mal schnell einen kleinen Abstecher in die Bu-Villa gemacht habe. Da waren wir doch auch schon lange nicht mehr. Und jetzt spüren. Und jetzt gehen wir mal. Drei, vier, vier, fünf, sieben, fünf, sieben, fünf, sieben. Und zwar gehen wir zur Kochlady. Wie hieß sie? Tasty oder sowas? Hallo, du sollst mir was kochen. Ja, genau. Ah, ach, da habe ich das Kochbuch noch gar nicht gegeben. Okay. Dann mache ich es jetzt. Damit kann sie nämlich jetzt zwei Ingredientien benutzen. Und deswegen habe ich das ganze Zeug hier gekauft. Gebe hier erstmal einen Zummerpilz. Ja, und einen Live-Sprung. Also einen Lebenspilz. Ich bin mal gespannt, ob da draus was wird. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Aber ich hoffe doch. Ah, genau. Er stellt 30 HP und 10 FP wieder her. Genau das wollte ich haben. Jöi. Davon mache ich mir doch gleich noch eins. Lalalalalalalalalalalala. Und einen Live-Sprung behalte ich mal. So, jawohl. Lalalalalalalalalalalalalalalala. Denn ich möchte mal ein paar bessere Ideen im Inventar haben, weil das ist ja kein Zustand mehr. So. Du gibst mir jetzt noch so ein Ding. Und zwar noch so ein Teil. Jawohl. Tralalalalalalalalalalalalalalalalala. So, jetzt haben wir drei Pilz-Dix. Aber jetzt schaue ich doch nochmal, was wir im Lager haben. Auf in den Glitch-Shop. Der hier war. Genau. Ja, komm. Kiech rum. Dü, 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 dü. Lala. Ach, wir haben im Lager nur einen... Nur einen Wackerspum. Warum? Warum haben wir da nur einen Wackerspum? Natürlich erstmal jetzt einen Pilz-Deck rein. So, dann... Einen Chemin-Jelly. Ja, und ich möchte noch was. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. So. Oh, glitcht doch nicht so rum. Oh, glitcht. Oh, das ist schrecklich. Und da wir nur einen Wackerspum haben, warum haben wir nur einen Wackerspum? Das müssen wir nämlich sofort ändern. Dann muss ich nämlich jetzt losgehen. Das muss ich leider in der Aufnahme machen, aber egal. Gut. Ja, da hole ich mir nämlich jetzt noch mehr Wackerspumms, weil die Teile sind cool. Weil die machen nämlich 25, habe hier 25 Blumenpunkte. Und dann habe ich doch gute Edems dabei. So, und ich möchte jetzt doch bitte den Wackerspumms aufzoomen. Wo war denn der noch mal? War doch da gleich in der Gegend irgendwo, hier. Da unten war er doch gleich, oder? Da unten. Genau, da unten. Ja, ich glaube, da unten war er. Oder? Ja. Gut, dann gehen wir mal da eben. Was auch immer das ist. Brötchen, oder was ist denn das? Keine Ahnung. Egal. Und noch mehr will ich davon haben, bitte. Ja, la, 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 la. Mehr. Mehr. Gib mir mehr. Jawohl, danke. So. Dankeschön. Und zwar mache ich das jetzt so lang, bis mein Inventar voll ist. La, la. Gib mir. Danke. La, 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 la. Ja, was soll ich jetzt da zu großartig sagen? Ich verkloppe einen Typen, damit ich seine Semmel bekomme. Ist logisch, ne? Pam. So, wie viel haben wir jetzt? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Okay, dann sind wir jetzt voll. Und jetzt schau ich doch mal, was nehme ich denn jetzt noch mit. Ah, hier klitscht es natürlich, ist ja klar. Wow, warum klitscht es, wenn ich mal ihr Menü aufrufe? Das ist ja sehr seltsam. Wow. Das ist cool. Spiel, das finde ich cool von dir. Nicht. Auch ein Klitsch, du, wenn ich das Menü aufrufe. Das wird ja eine spannende Folge, Leute. Das sage ich euch. Idems holen. Yay. Tuff, 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 tuff. Ja, abkürzend bitte, danke. Los, schneller. Siehst du, dass die Folge wird eine ganze Folge von... Es klitscht wirklich, wenn ich mein Inventar aufrufe. Also, ich habe ein Belebung, 50 Blumen, 10 HP, zwei Pilze. Dann nehme ich zwei Wackerbümpel mit. Und am besten noch so ein Honigsirup. Jetzt habe ich natürlich alle verkauft, in meiner schlauen Vorgehensweise. Habe ich alles verkauft? Ja, klar. Weil ich halt so schlau bin. La, 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 la. So, jetzt lage ich erstmal noch drei Wackerbümpel ein. Oh Gott. Ja, komm. Ja, noch mehr. Danke. Ja, noch mehr. So. Was habe ich jetzt eigentlich eingelagert? Okay. Gut. Gut, dann würde ich sagen, dann reichen diese Idems momentan. Ach, nervt doch nicht. Mann! Oh, Glitch, hör auf! Danke. Gut, und damit ich in diesem Part wenigstens irgendwas geschafft habe, mache ich jetzt das da rechts. Hallo, na? Was zum... Oh, alter Junge! Da drüben ist ein komischer Bassan. Ein komischer... Was? Also, kennt sie, Kuba, blockt den Pfad, okay? Es sieht so aus, als ob er sehr stark wäre. Ich sag dir, ähm... Er ist brutal stark! Das ist... Das ist... Es ist verrückt, gegen ihn anzudrehen. Äh, du... Es ist... Da kann man nichts tun. Die einzige Möglichkeit für mich ist es, eine geheime... Äh, den Gang nach, den Kuba-Dorf zu finden. Ja, dann geben wir doch diesen... Kenzie Kuba mal aufs Maul, oder? Hey, du! Mit dem Hugo, das warte mal! Das heißt, es soll nicht ein schönes Wetter, nicht wahr? Mein Name ist Kenzie Kuba. Erinnerst du dich? Wenn du diese... Straße benutzen willst, musst du 100 Münzen zahlen. Aber, tja, es tut mir leid, aber so ist es nun mal. Wenn du nicht bezahlst, kann es nicht passieren. Äh, Veit? Du willst kämpfen? Naja, ich will kämpfen. Gut, dann gehen wir dir mal aufs Maul, Junge. Pass auf, Junge. Mega Smash! Bäm! Und Bombe! Wow, eins! Ja, what the hell? Ah, der eiskalt meine Bombe. Zerstört. La, 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 lieb! Na, was sagst du jetzt? Wow, neun Schaden. Da, 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 dieb! Du kriegst ins Gesicht, Junge! Kriegst ins Gesicht. Das war so. Tö, 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 tö! Ist doch schön. Ja, da, wenn ich vorher nicht trainiert hätte, da wäre es ein wenig schwer geworden. Aber so. macht das nur einen schaden das müsst ihr jetzt gerne naja egal lalalalalalalalalalalalalalalala haha tu du so jetzt setze ich mal einen wacker bumm ein und da kriegen wir eine menge geld nom 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 so und bobelle du wechselst jetzt mal und zwar zu du wenden gute frage hey du bleibst da nur magst die bombe ein schaden ist besser als gar nix baa und du kriegst weiter ins gesicht das Da, daddel, 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 da Machtst du eigentlich damit Schaden? Ich glaube wahrscheinlich nicht, oder? Natürlich nicht So, wieder den Mega-Smash Und Bäm Lalalalalala Und wenn er macht die Bombe, komm Mach nichts plus Ich bin ein Schaden. Das ist egal. Ha! Abgewehrt! Du du! Bäm! Bäm! Ich sehe schon, der Typ hat eine Menge. Ähm, HP. Da da, da 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 da. Di, 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 di. Wenn es so weiter geht, darf ich langsam mal... Äh, setze ich noch einen Wackerspump ein. Ha! Hm, ach, wisst ihr was? Das entscheide ich im nächsten Part. Ja, Leute, ich muss leider im Kampf den Part wenden, aber egal. Somit baue ich Spannung auf. Ich würde sagen. Also dann, bis dann. Ciao, Leute!